Camping like a boss. Zeltaufbau nur bei Sonnenschein? Das kann doch jeder. Zeltaufbau im knöcheltiefen Matsch? Hier trennt sich die Spräu vom Weizen. Aber was tun, wenn die Sintflut kommt? Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht? Das ist nur was für die ganz Harten. Für Leute wie uns. Zeltaufbau im knöchelt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020